und damit herzlich willkommen zurück zu fifa 20 karrieremodus wir sind kurz vor ende der hinrunde van damme hat uns mitzuteilen dangebots ich glaube einerlei mir mal viel gut tun schön dass wir uns in dieser sache einig sind dass du mehr spielpraxis bekommst die bekommst bei uns momentan leider nicht einfach keine chance ab in die pressekonferenz danke dass sie alle da sind ich würde dann jetzt um ihre fragen bitten naja ohne lewandowski ohne lewandowski naja ich muss mal gucken wie ich es jetzt an u stelle weil mit ab vorne im sturm will ich auch nicht unbedingt acht wochen ran müssen klares ziehen meine chance oder die chance von glattbach das war's dann für heute den dreier Alla. Tja. Ja, dann sitzen wir doch einfach dem Müller vorne in den Sturm, oder? Fertig. Oh, hier ziehe ich sie. Oh, ziehe ich sie mit. Alla. Come on. Ja, muss ich erstmal so spielen. Müller im Schuhab. Ei, ei, ei. Auswärts in Gladbach, ei, ei, ei. Maximilian Mehlbacher ist unser Schiedsrichter heute. Darf sich jetzt aber auch wirklich keiner mehr verletzen, ey. Zumindest stürmermäßig. Wir müssen jetzt alle mal fit bleiben. Ei, ei, ei. Ei. Hallo und willkommen aus dem Borussia-Park hier in Mönchengladbach. Spieltag 14. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Sie dürften selbstbewusst an die Auswärtsaufgabe rangehen. Ihre Defensivleistungen in dieser Saison sind richtig gut. Ja, das ist aber auch nicht viel schlechter. Und wenn Sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben Sie hier beste Chancen. Ja, da müssen wir jetzt halt mal ohne den man auf sie klarkommen. Ich denke, es wird sich auf jeden Fall merkbar machen, dass der fehlt. Aber ein Thomas Müller vorne drin. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Ist ohne zu verkehrter Position. Jan Sommer. Toni Janschke spielt mit Matthias Ginter in der Abwehr. Patrick Hermann steht mit Sofian Bufall auf den Außenbahnen. Und im Sturm bauen sie auf einen Spieler. Und das ist Alassane Playa. Playa. So geht's die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Thiago Alcantara steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Ja. Thomas Müller. Anstoß durch Mönchengladbach. Auf geht's damit in dieses Spiel. Los geht. Und das ist der Ballverlust. Vorteil für den FC Bayern. Leon Goretzka. Viel vorwärts fragen jetzt. Ja. Schmutz. Äh. Wenn sie bei ihm da. Da verlieren sie den Ball. viel mit Auge. Na jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke. Stark gehalten. Boah. Alter. Ecke für die Bayern. Ecke Coutinho. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faust und den Ball weg. Und er trifft nicht. Boah. Und er trifft nicht. Boah. Kacke. Ecke. 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 und jahre jahre schöner was machen jetzt jahre ein wofs im lager die löffelkürze er hat ja man jonas hoffmann der ball spielt er raus die übersicht dieses spiel verständnis wir sind noch früh im spiel da reicht freistoß auf jeden fall hier muss nicht auch noch eine karte zeigen hier diesen pass weg ist der ball jetzt aber noch jetzt hier klasse schuss kommt erschließt davis von idee ist der alte mann super abschluss sieht man auch nicht so auch von ihm wie sonst verhindert er ja was macht den europa vorne drin noch mal der treffer da kann es von gar nichts zu suchen eigentlich auch wenn er mal stürmer war früher das ist echt offensiv ausgerüstet erstes bundesliga tor richtiger treffer für die bayern sie sind vorne wieder mal eine starke saison der bayern oder buschi definitiv sie stehen zu recht auf platz eins das ist schon sehr souverän was der rekordmeister in dieser spielzeit abliefert die bayern über die seite jetzt er zeigt jetzt eine gute flanke parade sommer noch immer gefährlich da haben sie platz jetzt vielleicht der konter dennis zagaria ja die flanke bringen nicht sein müller am ball thomas müller ist auch ein extrem unangenehmer gegenspieler der kerl gibt keinen ball verloren und überrascht immer wieder durch ja und orthodoxe aktion janske der ballverlust sie machen die räume moment sehr eng und riusola aus bayern münchen tolles zu spiel das ist ja leicht abzuholen die fall jetzt könnte die fall abspielen erholt sich die ball nä nie mit dem ballverlust und wo es gar unaufhaltsam der ball geht auf müller aber es kommt kein mitspieler an den ball der ist sagen die das zu spiel von tiago wird abgewogen wo ja könnte was werden es müsste man eine zündende Idee kommen da verlieren sie den Ball Gnabry guter Pass Coutinho mit der Riesenchance er versucht bitte Gnabry kein Tor da blocken sie den Ball gerade noch und das ist der Ballverlust Thomas Müller er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden Sommer hält alles noch im Spiel oder was mit dem Torwart los von Klappbach der hält ja alles der Jan Sommer ist ja auch fassbar Möhler Klasse herangabe jetzt sehr stark vom Torwart den Kopfball hat er Thiago durch wachsende Ballannahme aber er wählt dennoch erst mal trotz Bedrängnis dem Ball es gibt hier Vorderung für Gladbach ein berechtigter Freistoß wäre doch Vorteil du fall jetzt mit dem Ball nicht Gnabry gut aufgepasst vom Verteidiger in den freien Raum und jetzt Müller da kommt die Flanke der Ball kommt rein aber doch nicht gut genug Brasniko hauchdünn ist die Führung in diesem ersten Spielabschnitt wie schätzt du die Geschichte hier ein Buschi bislang dürften die Bayern zufrieden sein jetzt gut dazwischen weg ist der Ball tot hier jetzt Koutinho ja Koutinho super so erst mal geklärt nach dieser Reingabe Kramer Jonas Hoffmann vielleicht der schnelle konnte jetzt guter gott guter ein guter blockiert alter habe ich in luck der Kopf war eigentlich eine gute Chance aber am Ende fassen kein Grund zur Aufregung ich hatte nicht richtig getroffen muss er abwarten drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben kann man oder ist dabei wieder weg das könnte was werden jetzt man Brasniko nee so viel an bufall spielte ball hülle klärt hülle klärt vielleicht jetzt er wirft sich in den Schuss das war wichtig ecke er muss hier raus so ecke kommt danke ein tor haben wir in halbzeit eins gesehen und damit ist hier noch nix entschieden nichts so überraschend das resultat zur pause also müller vorne drin bringt schon mal gar nix muss ich sagen das war nicht weiß noch nicht ob das wirklich zu viel los geht's mit dem zweiten Durchgang der fc bayern am ball jetzt noch mal die bayern tiago jetzt oh wie leer nur müller thomas müller ist ja nicht nur Torschütze sondern vorbereiter ja kann den ball auch auf engem raum behaupten oh 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 wenn es jetzt schnell geht dann wird es gefährlich aktion läuft weiter nach wie vor gefährlich fast schon leicht fertig vergeben diese gelegenheit zum konter kristoff kamer den zweikampf wird er sehr gut und jetzt continue sommer hält bald ist noch ein spiel chance jetzt vielleicht jan sommer jetzt der ballverlust das war sauber erholt sich den ball fängt diesen ball ab müller und jetzt die chance da brauchen sie den ball ab den kann erklären der ist ja eine schöne aktion continue abseits von continue klasse leistung und jetzt darf er sich seinen verdienten applaus abholen er hat sich richtig in die partie reingehaut und war für man heute einer der westen das ist es ist jetzt hier hallo jetzt mal danke thomas müller jetzt wird das alleine mit an sommer der treffer super wie er dann in der feld noch ein schritt ich habe schon mal gehen müssen ecke continue abwehrversuch scheitern zähne geht weiter Leon Goretzka der wäre gut gekommen aber der spieler blockt den ball ab die fahre ist oben abseits Tor auswechslung mal sehen ob sie durch die umstellung besser ins spiel kommen noch liegen sie hinten scheiß dreck ok artig zu weit aber neuer halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei nur müller bei einem können wir uns heute sicher sein dass er vorne für unruhe sorgt thomas müller der geht gerne die weiten wege ist überall auf dem platz der absatz der offensive und trotzdem auf dem buch lea 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 die lea 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 schön von müller weitergeleitet 20 steht hier sie machen einen guten eindruck so langsam wird es gefährlich in die mitte situation geht weiter immer noch gefährlich eine auswechslung bei den gastgebern steht an klasse spielte ball in den freien raum ja 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 aber noch sind hier 20 minuten klasse wie er das macht holt sich den ball bei schluss bei rassi ko sie gefährlich aus alter die balle hoch wie ich nicht aber samt der schönes zu spielen die übersprächende situation hier aber der ball geht leider zum gegner lukas das bringt mir jetzt über die zeiten sieg hier thomas müller super zweikampf dem ball hat er gute aktion bekommt den ball technisch stark gemacht hier auch unter druck drama die glaubbarer versuchen es jetzt mit der brechstange hohe weite schläge in den fahrform und jetzt wollen sie das tor hier erzwingen werfen alles nach vorne mal sehen ob sie glück haben und irgendwie noch einer passt aber da steht kein mitspieler für diese hereingabe alaba tiago jetzt thomas müller klasse leistung und jetzt darf er sich seinen verdienten applaus abholen sehe ich ähnlich er hat sich richtig in die partie reingehauen und war für mich heute einer der besten ging flieger gut in ihr jetzt müller sie gehen mit der deutlichen führung in die schlussphase busche wie siehst du die partie moment wünschen wird ja koutinho super pass er geht dazwischen und verhindert die flanke tiago müller müller jetzt wieder bald ist jetzt vergladbar ja ja jetzt der vorstoß klasse aktion ball ist weg hat schon rumdümpeln hier die bayern mit dem ballverlust mal 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 dann war Ja, mal. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Kann er was tun machen? Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da eine Exzene ist. Vielleicht der Arto-Josefa. Parade neuer, immer noch gefährlich. Da wäre jetzt viel Platz für ein Konter. Das war sehr gut. Coutinho. Parade ist auch noch immer gefährlich. Ja, Kinder, mit dem Befreiungsschlag. Thomas Müller. Coutinho, super Pass. Der Angriff ist erst mal wieder vorbei. Hermann. Der Schiedsrichter. Oh, ja, 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 ja. Sie gewinnen dank einer ganz starken Offensivreise. Und so was wollte doch sehen. Attraktiver Angriffsfußball, der belohnt wird. Oh, ja, 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 ja. Mit einer klasse Leistung, die drei Punkte haben sie nicht verdient. Ja, sie sind hier ohne Gegentor geblieben. Kompliment. Wer ist denn Spieler des Tages geworden? Überhaupt. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, man merkt schon, da hat einen Lewandowski gefehlt. weil besitzer auf weil besitzer 50 50 das natürlich naja was ist denn jetzt hier los vielen dank dass sie für ein kurzes statement zu uns gekommen sind ja kein problem viele tore die quiche hat sich verletzt ja fünf tage vielen dank für diese aussagen gern geschehen oh letzter hä bei willens fan ulreich jetzt hat Schulterprellung ok Schemesig fällt er aus ok so dann ballern wir zuerst mal training durch Was haben wir denn jetzt überhaupt noch in hier aber den wollte ich eigentlich ausleihen na aber den will halt keiner Schissdreck Getimed to hohe Steilpässe Nein Da So Zack Weiter So Damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt Wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da Wenn ihr neu seid auf dem Kanal lasst gern ein Abo da um nichts mehr zu verpassen In nächster Zeit werden neue Projekte folgen Alles mit der Zeit Und ja dann würde ich mich freuen wenn wir uns im nächsten Video wieder sehen Und bis dahin haut's da rein und ciao Bis zum nächsten Mal.